Hallo zusammen, hier ist wieder euer Murak und als kleine Abwechslung zu den Brettspiel-Reviews, die wir die letzten zwei Male gemacht haben, wollte ich heute mal was über das Pen-and-Paper-Rollenspiel im Allgemeinen, das Rollenspiel Call of Cthulhu im Speziellen und ganz speziell über unsere Cthulhu-Online-Runde erzählen, die wir vor einem halben Jahr gegründet haben und an der wir sehr, sehr viel Spaß gefunden haben. Ja, fangen wir einfach damit an, worum es beim Pen-and-Paper-Rollenspiel überhaupt geht. Es ist ein bisschen wie ein Roman und es ist ein bisschen wie ein Gesellschaftsspiel. Das heißt, ein paar Spieler treffen sich, um eine Geschichte selbst zu erleben und das aber anders als jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Computerspielen ohne großen technischen Aufwand. Das heißt, wir haben drei bis fünf Spieler, die jeweils die Rolle einer Romanfigur übernehmen, die sie sich vorher ausgedacht haben und die sie auf so einem Charakterbogen hier fixieren. Da steht dann drauf, wie stark, wie intelligent, wie geschickt die Figur ist, aber auch, wie sie sich verhält, wie sie aussieht und so weiter. Außerdem gibt es dann noch den Spielleiter. Der Spielleiter ist zum einen dafür zuständig, die Spielwelt darzustellen. Das heißt, wenn die Spieler irgendwo hinkommen, dann erklärt er ihnen zuerst einmal, wie es da aussieht, wer da so rumläuft, was sie sehen, wie das Wetter ist und so weiter. Außerdem ist es die Aufgabe des Spielleiters, alle Figuren zu spielen, die eben nicht von normalen Spielern gesteuert werden. Beispielsweise die Spielfiguren, die übrigens auch Charaktere, deswegen heißt das hier auch Charakterbogen. Und im Übrigen heißt das Ganze deswegen kein Paper-Rollenspiel, weil es eben mit Stift und Papier gespielt wird, statt mit dem Computer. Jedenfalls der Spielleiter würde dann den Spielern erstmal beschreiben, ihr kommt in die Lobby eines Hotels. So, einer der Spieler käme dann beispielsweise auf die Idee, sich erstmal umzusehen und dann vielleicht den Portier hinterm Tresen anzusprechen. Die Aufgabe des Spielleiters wäre es dann, in die Rolle des Portiers zu schlüpfen und gemeinsam mit dem Spieler ein Gespräch zu entwickeln. Unter Umständen nehmen sich die Spieler dann da ein Zimmer, ziehen da ein, was auch immer. Ist jetzt natürlich eine eher langweilige Szene, die auch eher zum Fugelpläck getaucht, aber stellt euch das Ganze halt mal als richtig spannende Deltivgeschichte vor. Was dabei dann natürlich auch ein bisschen spielt, im Rollenspiel, netter Wort jetzt, sind all die Dinge, die da so passieren können. Dafür gibt es Regeln. Weil, wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler den Portier dazu bringen möchte, das Zimmer günstiger abzugeben, dann wäre schon einiges an Überzeugungskraft notwendig. Und deswegen stehen auf diesem Charakterbogen hier Fähigkeiten drauf, zum Beispiel die Fähigkeit, jemanden zu überzeugen. Da das nicht ganz klar ist, ob das klappt oder nicht, und da Spieler auch unterschiedlich gut oder schlecht in den Dingen sein können, spielt der Zufall eine Rolle. Das heißt, es wird häufig in irgendeiner Form gewürfelt, und da gibt es sehr spezielle Würfel. Jetzt zum Beispiel gibt es den 20-seitigen Würfel, es gibt 10-seitige, 12-seitige, 8-seitige, 6-seitige, 4-seitige. Und noch nur uns ein anderer Würfel, die in verschiedensten Rollenspielen verwendet wird, führt jetzt auch zu weit ins Detail. Grundsätzlich ist es aber so, dass ihr irgendwelche Fähigkeiten habt und würfeln könnt, ob ihr erfolgreich da seid oder nicht, wenn der Spieler euch dazu umbittet. Da ist natürlich auch das Thema Kampf eine ganz große Sache, denn in vielen Actionfilmen, Spielen etc. hauen sich die Leute immer gerne und gegenseitig und sehr gepflegt auf die Mütze. Je nach Rollenspiel kann das etwas komplexer oder etwas einfacher ablaufen, aber auch hier spielt wieder der Zufall in Form von Würfeln eine große Rolle. Jetzt habe ich sehr, sehr viel erzählt. Ich würde euch jetzt gerne mal ein paar Szenen aus unserer Online-Runde zeigen. Dazu zurecht noch Folgendes. Es ist mittlerweile so, man spielt Pen & Paper Rollenspiel nicht mehr zwingend am Spieltisch, sondern mittlerweile hat es der Spieltisch auch wieder auf die Computer geschafft. Und wir spielen in einem Programm namens Fantasy Grounds. Da mache ich mit Sicherheit auch nochmal ein tiefergehendes Video zu. Und unsere Spielrunde ist gerade im Begriff, in einen dunklen Keller, in einem kleinen Laden runterzusteigen, wo sich irgendeine okkulte Sekte auffällt. Mitspieler sind im Moment Christoph, Steffi, Dominik und Enrico, die mit ihren jeweiligen Charakteren unterwegs sind und beschreiben, was sie tun. Ich als Spielleiter werde Ihnen dann zeigen, wie die Umgebung darauf reagiert. Ich denke, ich werde während des Videos noch ein paar Kommentare dazu abgeben. Ansonsten viel Spaß mit der ganzen Sache. So, bevor es richtig losgeht, wollte ich euch nochmal ganz kurz unser Spielfeld zeigen. Das ist also so die Ansicht, die jeder Spieler hat. Im Beispiel habe ich mich mal für den lieben Christoph mit seinem Charakter, seiner Spielfigur Leslie O'Neill entschieden. Hier oben links haben wir ein Bild von der Spielfigur. Und wenn man da draufklickt, kommt der Charakterbogen. Der ist ganz ähnlich wie der, den ich euch eben gedruckt gezeigt habe. Und da sieht man dann halt zum Beispiel seine Grundeigenschaften, also wie stark er ist, wie geschickt. Man sieht, welche besonderen Fähigkeiten er hat, was er so bei sich hat, sein Inventar. Und auch, ja, seinen persönlichen Hintergrund, seinen Beruf und, ja, so seine Wesenszüge und Verhaltensweisen, die dem Christoph dann wieder so ein bisschen erleichtern, den Leslie auch entsprechend zu spielen. Das hat der Christoph sich irgendwann alles mal ausgedacht und entsprechend aufgeschrieben. Und, ja, so sieht das dann im fertigen Zustand aus. Wir haben hier auf der rechten Seite dann noch so ein paar Bereiche. Hier zum Beispiel macht er sich seine Notizen. Hier kann er alle Karten, Fotos, im weitesten Sinne Handouts, die ich ihm mal in der Zeit dann so mal zur Verfügung gestellt habe, nochmal anschauen. Das ist quasi so sein Aktenordner. Hier kann er noch ein paar Infotexte abrufen. Das sind Sachen, die dann die Spieler halt immer mal wieder von mir kriegen, um ihnen ihre, ja, Aktionen zu erleichtern. Hier hat er verschiedene Gegenstände. Das sind nicht Gegenstände, die er mit sich hat, aber die halt euch zur Verfügung stehen als Spielrunde. Und hier unten, da haben wir noch ein Verzeichnis von verschiedenen Orten, wo die Gruppe bis jetzt gewesen ist. Verschiedene Städte, Gebäude. Und da kann man dann unter Umständen auch noch ein paar Sachen zusätzlich zu abrufen. Ja, jetzt ohne weitere Verzögerung kommen wir zur eigentlichen Spielrunde. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser kleinen Szene. Ja, du blickst in den Raum im Licht deiner Taschenlampe, siehst du bei den Wänden diese virtuellen Trommeln, die Steinplatte, über was auch immer, die Seilwinde und den Vorhang des Raums, der sich leicht bewegt. Okay. Wenn wir jetzt nacheinander reingehen, haben wir drei Taschenlampe. Ja, aber bevor ich reingehe, versuche ich erstmal so das Maximum auszuleuchten, wo geht, um vielleicht einen dieser Küken zu sehen. Also halt quasi so einen mindestens etwas über 45 Grad Winkel von der Position aus. Du leuchtest halt komplett einmal den Raum aus. Es gelingt dir aber nicht, irgendetwas zu erspähen, was über... Moment. Die Tür geht ja in den Raum auf, ne? Du wolltest mich jetzt dazu anstiften, dass ich den Raum aufdecke, oder? Nee, 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 noch nicht. Achso, ja. Das wäre schon gar nicht schlecht, ja. Ja, vielleicht in deinem Sinne, oder? Also du kannst im Moment... Boah, wenn ich da reingucke, ja. Also zumindest das, was ich abgeleuchtet habe bis jetzt. Diesen Bereich. Okay. So, wie weit ist die Tür auf? Die Tür? Wie weit hast du sie aufgemacht? Ja, genau. Dann kann auf jeden Fall mal durch die Tür, gehe ich davon aus, dass keiner angreifen kann. Dann werde ich erst mal nach unten hin ausleuchten, also da, wo jetzt die Tokens von den beiden sind. Um zu gucken, ob da direkt jemand neben der Tür ist, um zur Not da mit dem Messer hinzustechen. Nein, da ist niemand. Dann betrete ich den Raum und schaue hinter die Tür, ob da einer ist. Tom steht jetzt als einziger in dem Raum. Du hast jetzt schon allerdings dafür einen gewissen Durchblick. Du kannst also richtig genau erklären, wie dieser Raum beschaffen ist. Alle hinter den Vorhängen sein. Ja, gut. Ja, Tom war durch. Was macht... Er hat ja gerade gesagt, ich bin eigentlich immer recht dicht hinter ihm. Ich wollte ihn jetzt nicht alleine in den Raum stellen lassen. Gut, also das heißt, du stellst dich dann relativ fix hinter Tom. Genau, so eigentlich am liebsten an seinen Rücken. Rücken an Rücken, irgendwie. Oder so ein bisschen. Jetzt bitte die Figur nur noch dann bewegen, wenn ich das sage. Sebastian, was tust du denn? Ich bin oben am Eingang der Klappe halt und behalte einerseits natürlich den Ausgang im Blick, ob da irgendwas auf die Gasse fährt. Und andererseits natürlich auch David, ob es ihm besser geht, beziehungsweise wieder ein Begriff ist, daraus zu fliehen. Nee, David ist im Moment in ganz brauchbarer Verfassung. Ja, aber andererseits vergewissere ich mich, dass irgendwie draußen vor dem Haus, wenn da irgendwas passiert, dass ich da rechtseidig Bescheid sagen kann und horche ab und zu in den Gang rein. Zustand der Haustür? Offen, zu, G-Schloss, G-Schloss. Die Tür haben wir zugemacht wieder. Ja, ich würde schon sagen, ja. Haben wir zugemacht. Rosemary, was tust du denn? Naja, ich stehe praktisch hinter Leslie, weil der nicht weitergeht. Ja, gut. Tom, weiter im Text. Ähm, okay. Sollen wir zu dem Vorhang gehen? Auf losstürmen und reinstechen. Ja, das müssen wir halt gucken. Überraschungsmoment ausnutzen. Kommt, dann schleichen wir zu dem Vorhang. Macht uns kampfbereit. Richtung Vorhang schleichen. Aber nebeneinander dann, oder? Ja. Ja, du schleichst langsam auf den Vorhang zu. Passen wir denn da nebeneinander? Ja, der ist groß. In den Raum dann schon. David, möchtest du irgendwas tun? Ich möchte auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall in den Raum reinhauen. Reinhorchen? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Halthorchen, was da unten los ist. Leslie, was tust du denn? Also ich wollte auch mit mich in den Raum gehen und dann eigentlich so ein Dreieck sozusagen bilden. Mit Rosie und Tom. Wir sehen uns in alle Richtungen ab. Sicher. Dann ist die Frage, ob Sebastian zwischendurch noch was macht? Ähm, ja, ich frage David, sollen wir mit runtergehen? Ich will auch nichts mehr von Ihnen. Ich fühle mich irgendwie schlecht dabei, gar nichts zu tun. Vielleicht brauchen die da unten Hilfe. Oder willst nur du runtergehen? Nur ich? Bin ein bisschen immer noch sehr nervös. Eigentlich geht's wieder. Komm mal runter. Okay, wir gehen runter. Können wir bei Rosie noch da stehen? Ja, müsstet ihr. Komm mit runter. Würde ich mich umdrehen zu den beiden und leise flüstern. Können wir uns an den Vorhangrang schleichen? Okay. Ich zieh los. Ich hab übrigens das Gewehr in der Hand. Gut. Also auch Rosie bewegt sich in diese Richtung. Ja, und Sebastian ist schon direkt hinterher. Ja, Sebastian ist gerade unten am Dings angekommen. Tom. Ich höre die Leute runterkommen, ne? Ja, du hörst von hinten Leute runterkommen. Dann verharre ich da, wo ich stehe. Ein bisschen angespannter und mach mich bereit, falls da irgendwas aus dem Vorhang kommt, das anzuleiten. Okay. Wenn ich das richtig einschätze, sind wir ja nur so ungefähr zwei, zweieinhalb Meter von dem Vorhang entfernt, ne? Ja, viel mehr ist das nicht mehr. Also ihr seid schon relativ dicht dran. Könntet also jetzt den Vorhang problemlos erreichen. Wie gesagt, ich warte ab. Geräusche von hinten. Aha, gut. Du wartest ja. Vito. David? Du wirst dann jetzt als nächstes dran, zu ein bisschen aufzuschließen und da du durchgemerst ein bisschen fixer unterwegs bist als er, ihn sogar zu überholen, wenn du das möchtest. Ja, doch, mach ich doch. Gut, schließt also, kommst in den Raum. Der Rest von euch bemerkt, dass die beiden anderen durch die Tür kommen. Leslie, du hättest in die Möglichkeit zwischendurch noch was zu tun. Ja, ich bin auch recht angespannt, aber wenn ich sehe, dass Tom verharret ist, dann verharre ich auch. Sebastian, du schließt zu den anderen aus, sehe ich das richtig? Ja, auch mit in den Raum. Okay. Womit wir bei Rosemary wären. Die wahrscheinlich warten wird, oder? Ja. Tom, dich trennt nur noch etwa anderthalb Meter, also quasi einen Schritt nach vorne und die Hand ausstrecken von dem Vorhang. Wie ist der vorhin gefestigt? Wie geht der auf? Der hängt an einer hülzernen Stange unter der Decke und lässt sich zur Seite schieben. Lässt sich? Da nach links oder rechts ziehen? Scheint es keine Rolle zu spielen. Du merkst jetzt zum einen, dass du Geräusche hörst, und zum anderen scheint sich der Vorhang auch leicht zu bewegen. Du meinst, wie im Wind, bist aber nicht ganz sicher. Okay, also ich kann ihn zur Seite ziehen. Ja, dann, wenn alle bereit sind, naja, werde ich den Vorhang zur Seite ziehen. In dem Moment, wo deine Hand deinen Vorhang berührt, gibt es ein knirschendes Geräusch. Drei Kreaturen, folgt von einer vierten, stolpern aus der Öffnung hinaus. Ja, du wärst durchaus aber noch in der Lage, kurz zu handeln, denn diese Kreaturen bewegen sich relativ langsam. Zuschlagen. Was jetzt folgt, ist ein Kampf zwischen unseren Charakteren und diesen vier dämonischen, zombieartigen Kreaturen. Ich bin im Video leider fürchterlich leise geraten. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem verstehen. Wir machen wahrscheinlich nochmal ein gescheiteres Let's Play, wo ich ein bisschen besser ausgesteuert bin. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß in der Sache gehabt, habt ein bisschen gesehen, was wir so veranstalten und, ja, wo so die Grundlage vom Pen & Paper Rollenspiel geht. Nächste Woche gibt es wohl wieder ein Video für The Others. Dieses Mal erkläre ich ein bisschen die Spielregeln. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag, euer Mowak.